Besonders die Decke ist mir wirklich sehr gut gelungen. Hau ab! Hallo Leute und herzlich willkommen zur 18. Update-Folge hier auf Endor. Es ist wieder einiges weitergegangen, besonders hier vorne im Berg. Da werden wir aber erst später drüber reden. Jetzt geht es erstmal um eine weitere Höhle. Diese soll hier hinkommen. Mehrere hatten im Stream gefragt, ob wir sowas hinbauen können. Hinter den Wasserfall, das geht nicht, da da viel zu wenig Platz ist. Ich denke, das kann man hier auch ganz gut erkennen. Wir werden die Sache hier einmal so schräg hier reinbauen. Und ich werde euch gleich mal zeigen, wie das Ganze aussehen soll. Ein wenig von der Höhle habe ich hier schon vorbereitet. Wir bauen das gleich mal zusammen. Das sieht etwas komisch noch aus. Kommen wir, wie gesagt, dazu. Interessant wird das Ganze natürlich hier wieder mit dem Berg dann zu verbinden. Das kriegen wir aber irgendwie hin. Ich habe mir da jetzt schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich würde sagen, wir schieben Endor jetzt einfach mal nach hinten. Und schauen uns die Höhle an. So sieht das Ganze aus. Das hier ist praktisch das Dach der Höhle, die Oberseite. Und darauf müssen wir das Ganze jetzt festbauen. Ich fange praktisch jetzt von vorne an. Also nehmen wir das erste Element hier von unten irgendwie. Das kann ich euch mal zeigen. Das ist fast ein komplettes Teil. Das ist so aufgebaut. Naja, so aufgebaut, das ist nicht so einfach zu erklären. Ihr seht, hier sind ganz komische Dinge passiert. Ganz viele verschiedene Teile. Von hinten sieht das Ganze so aus. Relativ instabil. Deswegen wird das Ganze hier oben einfach dran gebappt. Und dann ist es ein fertiges Teil, das ich nachher nur einfügen muss. Das Ding hier schiebt sich einfach so hierbei. Und dann habt ihr solch eine Höhle, wenn ihr von vorne reinguckt. Und das sieht schon extrem gut aus, wie ich finde. Ich bin ja auch immer besser geworden, wie man sieht, im Rockwork. Und werde hier noch besser werden. Umso mehr Zeit ich da investiere. Das Ganze wird jetzt einfach hier oben dran gedrückt. Und schon haben wir die Höhle hier relativ fertig, sage ich mal. Zumindest den Eingang. Da habe ich eine kleine Pflanze reingemacht. So viel Bepflanzung möchte ich da aber jetzt nicht reinballern. Ich konzentriere mich da lieber auf das Rockwork. Es gefällt mir sehr gut. Die Form, die Farbe sieht super aus. Ich will auf jeden Fall alles hier in dunkel halten. Da wir da, wo diese Höhle reinkommt, eher in dunkel arbeiten werden. Auf dieser Hälfte des Berges. Und dieses Teil ist dann praktisch einfach nur hier so reingelegt. Ich baue die Teile praktisch immer Stück für Stück zusammen. Und gucke dann immer von vorne drauf. Sieht das jetzt gut aus? Sieht das schlecht aus? Ich versuche da immer, dass so kleine Ecken da rausstehen. Und bin sehr, sehr zufrieden. Ihr seht, das ist relativ wackelig hier auf den Füßen. Aber es passt. Und das Ganze wird dann hier vorne eingefügt auf diese Jumperplate. Und hier oben auf einen Noppen. Das ist dieser kleine Stud hier, der etwas übersteht. Und die Flatheils passen sich dann natürlich an. Das Ganze sieht dann so aus. Jetzt würde die Höhle praktisch da sitzen. Und wir schauen uns das Ganze mal von vorne an. Und so würde es dann von vorne aussehen. Ihr müsst euch natürlich vorstellen, dass es dann dunkel wäre in dieser Höhle. Da wird natürlich später kein Licht durchscheinen. Mir gefällt es sehr gut. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Wie wir das Ganze zubauen und verbauen. Wie die Höhle weitergeht. Ich hätte gerne, dass hier hinten in der Höhle so eine kleine Kurve ersichtlich ist. Dass die Höhle so um die Ecke geht. Wir werden mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ich baue weiter und melde mich später wieder. Ein paar Tage später ist die Höhle dann auch schon fertig. So sieht sie aus. Das ist ihre Länge. Und im Mock befindet sich noch der restliche Teil. Diese Kurve, die ich andeuten wollte. Die sitzt hinten schon, ist fertig gebaut. Wir setzen die Höhle gleich mal rein. Sie wird einfach so schräg reingesetzt, so wie ich es auch geplant hatte. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Das hier hat auch damit zu tun, dass sie im Berg sitzt. Lasst euch davon nicht stören. Ich wollte euch mal zeigen, wie sie hier so von den Felsstrukturen aussieht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Besonders die Decke ist mir wirklich sehr gut gelungen. Ich bin wirklich sehr zufrieden, bin stolz drauf. Und es wurde oft gefragt, ob ich nicht eine Figur reinsetzen kann. Das kann ich euch gerne mal zeigen. Wie ihr seht, Rebellen werden nicht funktionieren. Die sind einfach zu hoch. Also generell normale Figuren sind zu hoch. Und ein Evoque wird auch eng, da er genauso breit ist wie eine Figur. Und die Höhle einfach von mir auch nicht geplant war, dass da eine Figur reinkommt. Der ist jetzt unvorteilhaft gewählt, da er dunkel ist. Hau ab. Das funktioniert also, wie gesagt, nicht. Das war auch gar nicht mein Plan. Ich hatte eher vielleicht die Idee, sowas hier zu benutzen. Das hat mir ein Zuschauer zugeschickt. Etwas vergewaltigt. Wohl mit einer Heißklebepistole wurde gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ist auf jeden Fall sehr präzise gewählt. Sieht aus wie ein Kopfschuss. Ich glaube, das war auch vielleicht der Hintergrundgedanke. Gefällt mir so auf jeden Fall sehr gut. Vielleicht können wir den irgendwie in die Höhle reinsetzen. Zwei, drei Knochen dabei. Und dann sieht das Ganze schon sehr gut und verlassen aus. Das sollte diese Höhle auch sein. Die ist mehr so für Tiere oder sonst was. Das kann sich dann der Zuschauer seiner Fantasie entnehmen. Und ich würde sagen, wir setzen die Höhle einfach mal rein. Hier habt ihr mal einen Einblick in das Innenleben ohne die Höhle drauf. Das hier ist praktisch die Rückwand, wo ich gesagt hatte, dass wir eine Kurve fahren werden, die dann einfach so im Nichts verschwindet. Ich brauche ja da innen drin nicht weiterbauen. Das wird man ja sowieso niemals sehen können und auch niemals abnehmen können, wenn das erstmal fertig gebaut ist. Hier habt ihr nochmal einen kurzen Draufblick auf die Techniken von dem Berg. Den habe ich jetzt an den bereits bestehenden angeschlossen. Das ist ja eine Einheit nachher. Ein paar Pflanzen drin. Schauen wir uns aber gleich noch genauer an. Erstmal würde ich sagen, knallen wir die Höhle oben drauf. Die Höhle wird dann hier schräg auf diese zwei Noppen draufgesetzt und fließt dann praktisch in diese Bergeinheit mit ein. So sitzt sie perfekt wieder drin. Und dann hätten wir das Ganze auch schon wieder fertig. Dann zeige ich euch das Ganze mal von vorne. Hier hat sich fast noch ein wichtiges Teil vergessen. Das ist praktisch noch der Rest der Rückwand der Höhle. Diesen muss man nachträglich hier einbauen und der ist auch relativ interessant. Der passt hier mit diesem G-Slobe genau in dieses Loch und wird dann einfach hier festgehangen. Fertig ist das Ganze. Sitzt dann relativ gut hier drin. Wackelt ein bisschen. Aber das Ganze wird ja sowieso dann hier zugebaut und verkleidet. Hier wird der Berg dann nachher weitergehen. Und von vorne sieht das Ganze dann so aus. Gefällt mir wie gesagt sehr, sehr gut. Hinten ist es relativ dunkel. Da ist ein kleiner Spalt. Der verdeckt sich, sobald wir hier hinten alles zugebaut haben. Da scheint halt noch ein bisschen die Sonne durch. Das ist aber gar kein Problem. Das kommt eben mit der Zeit, wenn das nächste Modul dann hier an die Seite angedockt wird. Hier kommt ja noch viel, viel mehr Berg rein. Das wisst ihr aber mittlerweile schon, wenn ihr alle Videos verfolgt habt. Hier seht ihr mal das Rockwork. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hier vorne muss sich sehr viel abändern. Das hat leider nicht gepasst. Sonst wäre das nicht schön geworden. Ich bin aber zufrieden. Hier fehlt eine Pflanze. So kann ich wieder beruhigt vor mich hin stammeln. Und wir gehen mal weiter hier hoch. Das wird natürlich etwas eng wegen dieser Schlucht hier. Da seht ihr noch mehr solche Techniken. Hier haben wir noch eine kleine Wurzel mit eingefügt. Hier oben seht ihr den Rest. Es wird immer, immer wilder hier oben. Dann wollte ich das letzte Mal schon hier drüber sprechen. Und zwar dachte ich mir immer wieder diese glatte Felswand. Oder so glatt ist sie nicht. Aber immer wieder diese Felswand, die relativ steil nach oben ansteigt, ist zwar interessant. Ich benötige aber ein paar kleine Felssprünge da drin. Und hier hätten wir sowas. Das war auch ziemlich kompliziert da einzufügen. Ist auch eine relativ wackelige Angelegenheit. Hält aber einmal frei. Diese Plate hier habe ich einfach so ganz schräg mit einer Moppe fixiert. Mit einem Brick Modified. Und ihr seht hier geht es auch wieder ganz schön wild ab. Hier werden einfach ein paar kleine Pflanzen drauf kommen. Und wenn das Ganze dann hier, wie gesagt, bepflanzt ist, wird der Berg hier in dieser Form hier weiter wachsen und weiter und weiter gehen. Das soll einfach ein bisschen mehr Lebendigkeit in diesen Berg bringen und gefällt mir ebenfalls sehr, sehr gut. Ich würde sagen, ich baue jetzt noch ein bisschen weiter. Gucke, was ich schaffen kann. Am Samstag habe ich einen Tattoo-Termin und werde da den ganzen Tag weg sein. Deshalb werde ich wahrscheinlich nicht mehr so weit kommen, bevor ich in den Schnitt gehen muss. Damit ihr das Video an dieser Stelle hier sehen könnt. Aber, wie gesagt, ich baue jetzt weiter und wir sehen uns dann trotzdem später wieder. Und da wären wir auch schon beim letzten Take. In den letzten anderthalb Tagen konnte ich doch noch einiges voranbringen an der Höhle. Viel Progress ist es zwar nicht, aber dennoch kann man den Unterschied erkennen, denke ich mal. Mir war es wichtig, diese Slopes hier mal vertikal zu stellen und nicht immer horizontal zu fahren. Damit das Jahr nochmal ein bisschen mehr das Bild auflockert. Gefällt mir hier vorne an der Höhle sehr gut. Besonders diese eine Pflanze hier. Die habe ich noch bisher ziemlich selten hier verwendet. Da sie mir nicht ganz so gefällt, wegen diesem runden grünen Teil, das hier so rausguckt. Es sieht nicht wirklich sehr real aus. Deshalb versuche ich das immer ziemlich tief in den Felsen reinzubauen. Ist aber schwierig dann zu verstecken. Hier ist es dennoch ganz gut gelungen. Ja, so ein paar Pflanzen hier habe ich oben drüber noch gemacht. Diese eine Liane oder wie auch immer man das bezeichnen soll. Viele sagen, häng doch direkt an der Höhle runter ein paar Lianen. Ja, das könnte man machen. Dann wäre aber diese Felsstruktur hier hinüber. Und die gefällt mir nun mal sehr gut. Da möchte ich eigentlich nichts dran verändern. Die Bautechniken hier im Berg, man kann sie eigentlich ganz gut von hier oben erkennen. Da filme ich mal rein, dann könnt ihr es sehen. Sind relativ komplex. Sieht immer noch aus wie ein Schweizer Käse und wird eigentlich immer schlimmer. Hier hinten ist eigentlich nichts weiter passiert. Da habe ich noch ein bisschen was gemacht, damit es ein bisschen dunkler wird in der Höhle. Die Lücken ein bisschen abgeschlossen. Damit man jetzt schon ein gutes Bild hat. Das wird ja später sowieso passieren. Da habe ich noch ein paar Reihen draufgezogen. Hier in die Schlucht zu filmen ist aber leider sehr, sehr schwierig. Das ist so das weit entfernteste, wie ich die Kamera hinbekomme. Und kann euch das mal gerne aus der Nähe zeigen. So sieht es aus. Da hängen noch zwei von diesen Wurzeln, Schrägstrich Peitschen. Die müssen wir noch einfügen. Und ja, wie gesagt, hier will ich auch mal anfangen demnächst ein paar Steine vertikal zu stellen. Damit das nicht alles nur horizontal liegt. Um da nochmal ein bisschen bessere Mischung rein zu bekommen. Dann habe ich hier versucht schon den Übergang hinzukriegen auf dieses dunkle Grau. Der ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Ist aber auch wieder schwierig zu filmen. Ich gebe mein Bestes. Mir gefällt es bisher sehr, sehr gut. Besonders hier von vorne. Diese Höhle wird einfach klasse aussehen, wenn wir dann den Berg hier weiter rüberziehen. Da habe ich ja auch bereits zwei Reihen hier hinzugefügt. Und schon ein bisschen die Planung gemacht, wie ich denn hier weiterfahren will mit dem Berg. Das weiß ich noch nicht ganz. Leider wird es hier sehr, sehr eng für irgendwelche Schrägstellgeschichten. Wenn das ja so wird wie hier. Wir sind hier irgendwo zwei, drei Noppen nach hinten versetzt, wo noch gar nichts befestigt ist. Und dann brauchen wir noch so eine Plate Modified zum Beispiel. Wenn man das hier jetzt als Beispiel nimmt, um da was festzumachen. Und wir haben hier gerade mal so eins, zwei, drei, vier, fünf Noppen bis nach hinten. Das ist das, was ich meine. Das wird schwierig mit dieser Schnittstelle. Da müssen wir gucken, wie wir das Beste draus machen. Schlimmstenfalls gibt es hier keine Schnittstellen. Dann gibt es auch nichts Modulares. Dann darf ich einfach so lange nicht umziehen, wie dieses Mock hier gebaut wird. Ja, dann ist es noch hier vorne am Fluss weitergegangen. Da habe ich den Flussverlauf auch bis ans Ende dieses vorzeitigen Moduls gezogen. Das gefällt mir ebenfalls sehr, sehr gut. Hier seht ihr nochmal diese Kurve von oben. Da fahren wir ja, wie ihr seht, einfach einmal drum herum. Hier wird entweder Bepflanzung oder auch noch ein bisschen Felsarbeit gemacht. Das entscheide ich dann später spontan. Und ebenfalls haben wir hier noch am Wasser weitergebaut. Beziehungsweise, ja, die Wasserteile sind gekommen. Leider habe ich eine Farbe, die ganz helle hier außen, falsch bestellt. Deswegen konnte ich noch nicht hier weiterbauen. Sonst hätte ich auch genug Teile, um das komplett hier fertigzustellen. Die muss ich nächsten Monat nachbestellen. Geld wird eng. Wie gesagt, ich habe noch einen Tattoo-Termin. So was ist immer teuer. Aber die obere Decklage konnten wir hier reinziehen. Dann haben wir noch ein paar Felsen mit reingezogen. Diese vier Stück, um genau zu sein. Die gefallen mir auch ganz gut. Und ich habe mich jetzt nach mehrerem Hin und Her überlegen dazu entschieden, diese Steine hier doch zu verwenden. Es geht. Wenn man nicht direkt von oben drauf schaut, sieht man diese Doppelnoppen nicht. Und dann passt das eigentlich auch ganz gut. Besonders, wenn man so, sage ich mal, von dieser Seite hier drauf guckt, sieht dieser Felsen einfach cool aus. Wesentlich besser als das mit den Slopes. Das wäre es dann auch zu diesem Update. Hier habt ihr nochmal einen Draufblick von weiter weg. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei jedem, der bisher zugesehen hat. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Seid wie immer freundlich zu euren Mitmenschen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.